Was ist die Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen? Die Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da stellt sich auch die TK. Das ist wichtig für uns, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeitenden. Und Gesundheitsversorgung ist natürlich erstmal ein riesiges Feld, auf dem man tätig sein könnte. Wir haben gesagt, wir kehren erstmal vor unserer eigenen Tür, also das, was wir selbst sozusagen verursachen an Umweltschäden. Und dabei gerät man schon manchmal in Zielkonflikte zwischen dem, was man tun könnte und dem, was man tun darf, weil es vielleicht nicht so wirtschaftlich ist wie andere Maßnahmen. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass dieses neue Ziel der Förderung der Nachhaltigkeit auch im SGB V verankert wird.